Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen bei Vorsicht Lyrik. Heute geht es um reine Reimerei. Reine Reimerei. Ein Reim allein, das kann nicht sein. Einer dazu gibt keine Ruh. Der Reime drei, auch das nicht neu. Oder gar vier, was nützt es mir. Fünf Reime dann, treibt nichts voran. Ein Sechster steht, nichts weiter geht. Auch sieben Stück, für nicht zum Glück. Der Reime acht, hat nichts gebracht. Auch Nummer neun, das kann nicht sein. Schluss jetzt bei zehn. Dann kann ich gehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und die ZDF für funk, die ZDF für funk, die ZDF für funk. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017